Hallo zusammen, in diesem Video zeige ich euch die Quest, eine friedliche Welt, anzunehmen bei Chen Sturmbräu in die Wandamm der Insel, an dieser Position, hier sieht man auch die Koordinaten, nehme die Quest an und nun darf ich 20 Weltquests abschließen, um diese Quest abzuschließen, Weltquests sind diese Quests auf der Weltmap, die mit diesem Ausrufezeichen gekennzeichnet sind, da gibt es verschiedene, es gibt welche die schwerer sind, es gibt welche die einfach sind, es gibt auch Bewusstweltquests oder PvP Weltquests, es gibt auch für Pets Weltquests, alle zählen dazu, da gibt es verschiedenste und sobald man 20 von denen abgeschlossen hat, darf man diese Quest abgeben, da habe ich die 20 Weltquests abgeschlossen, wie man auf der Map sieht, sind nicht mehr viele vorhanden, Azuna habe ich ganz viele gemacht, aber ist egal in welchen Gebieten ihr sie macht, alle zählen dazu, Quest ist dann abzugeben, bei Eisenkörper Ponshu, in die Wandamm der Insel, an dieser Position, hier sieht man auch die Koordinaten, hoffe ich konnte euch helfen, ciao!